Ich lerne Deutsch. Nummer 8410 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Heute haben viele Geschäfte Sonderangebote. Heute haben viele Geschäfte Sonderangebote. Ich halte den ständigen Stress im Büro nicht mehr aus. Wenn das so weitergeht, werde ich noch krank. Ich halte den ständigen Stress im Büro nicht mehr aus. Wenn das so weitergeht, werde ich noch krank. Ich kann mich entspannen und zusehen, wie sich alles entwickelt. Der Umsatz ist viel besser als erwartet. Ich kann mich entspannen und zusehen, wie sich alles entwickelt. Der Umsatz ist viel besser als erwartet. Nach der plastischen Operation ist meine Hautpflege viel komplizierter geworden. Nach der plastischen Operation ist meine Hautpflege viel komplizierter geworden. Ich hätte das nicht machen sollen. Bitte verrate niemandem, dass ich hier bin. Ich möchte meine Ruhe haben. Bitte verrate niemandem, dass ich hier bin. Ich möchte meine Ruhe haben. Loyalität ist eine Eigenschaft, die Wertschätzung verdient. Loyalität ist eine Eigenschaft, die Wertschätzung verdient. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich möchte meine Ruhe haben. Ich möchte meine Ruhe haben.